Hallo meine Lieben, bei El Kitchen Jena 2022 zubereitet habe ich für heute einfache leckere Walnussschnecken. Die Zutatenliste findest du unter Beschreibung in der Infobox und die Zubereitung im Video. An der Stelle viel Spaß beim Nachbacken und würde mich über weitere Abonnenten-Likes sehr freuen. Bis demnächst. Assalamualikum, ein harikas, schan, tabu yazin, ammantel sagiyaj, toko fitir, rikwabni taachn desa tariq ist sind und qnein information. Ashoogdel tafm di video amma, tmanni akei eعjiboum l'halmov vitsitsakak, mari eعjiboum jumej in like, faak imz, armangangin inshallah, afakoum, selama. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020